So, meine Damen und Herren, ich zeig das letzte Mal auch schon, dass er denn einfach ins Menü gegangen ist. Ausgang war ja unten. So, hier müsste ich jetzt auch wieder gucken, wo was liegt. Ich habe immer noch sechs Upgrades für Waffen. Was fehlt mir noch? Ach so, alle zwei Sekunden Kill. So, deswegen habe ich denke ich nicht weiter gemacht. Huch, drücken wir die Falschtaste. Huch, drücken wir die Falschtaste. Dann habe ich einen Gewicht oben und dann halte ich da unten. Was war hier? Wasserfußsoldaten nennen. Genau, hätte ich den unteren Bereich. Das war's. Das war's. Das war's. Was haben wir hier? Schrotpistole, so die kleine. Mechaniker. Mechaniker-Kills. Ach, sonst ist die Mechaniker dann platt machen. Na genau. Die Luger. Die Luger. Hier sind 50 kg von Gegnern zerstöckeln. Kriecher-Kills und... Sonic-Kills. die luker kann ich von den luker mag ich allerdings schon okay dann muss ich jetzt weit weit wieder ausholen das wird jetzt sagen hey ersten waffen nein ich mag die luker in form des designs also wieso optisch da wie sie auch wie sie hier gebaut ist sein ist also von dem look er nicht von und den stil sie position weil ich mal einfach mal testweise die luker eigentlich nehmen aber wohl nicht bleibt bei der nahkampf das ist ja genau box geht der mich über die drei da gab es auch neuer in form von den einzelnen hier hinten Hexenhut, Redentier, Elefantenhut, Weihnachtsmütze, Zylinder aber wir machen ja gepflegt weiter so und hier haben wir auch nur das so so Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich will 200 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 Okay. 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 Also das ist nur ihr großen da. Ja. 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 immer dieses kack fixieren und jetzt findet man alles hier in diesem bereich alles was sie findet von dokumenten brief und der hand findet ihr hier drin alles bevor jetzt ihn anspricht in dem gebiet alles suchen und aufsammeln bevor mit ihm spricht wenn er spricht beginnt auch denn die sozusagen die kann er worden schlacht hier die rollenschlacht fängt einmal da an da hinten und dann kommen sie einmal von links und von rechts links und rechts kommen sie gleichzeitig nicht mit mir kollega dass man sich immer haargenau heran stellen muss ja Wo war denn der scheiß Sniper? Aber hier kommt auch noch gleich so ein dicker Da ist er ja Das ist schon Und Okay. Ingenieur! Ich dachte, hier käme eigentlich der andere, der Machine-Type geil, dann käme der gleich auf dem nächsten Gebiet, da ist noch einer Plöppling, dann kam der hier hinten, glaube ich. Auf die Zipanhalt komme ich glaube ich gar nicht. Damit der große Eimer verschwindet. Die Zipanhalt Die Zipanhalt Ja Die Zipanhalt 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 Die Zipanhalt